So, liebe Leute, ich glaube es ist Teil 37 oder 38. Ich habe es schon wieder vergessen, obwohl ich es gerade eingestellt habe. Und wir basteln weiter an unserem Flipper. So, was wollte ich basteln? Dann, ich wollte eine Multiplikationsmöglichkeit schaffen. Also, wenn ich all die Dinger hier abgeräumt habe, dann geht ja der hoch. Und wenn ich den dann abgeschossen habe, dann geht der ja wieder runter und die gehen wieder hoch. Und dann soll aber Multiplikator mal 2, mal 3, mal 4, mal 5 und so weiter hier hochgehen. So, dafür brauchen wir natürlich erst so ein Ding, was diese Multiplikationsfläche oder den Multiplikator anzeigt. So, jetzt bin ich soweit. So, jetzt das Ganze müssen wir in Blender bauen. So, gucken wir mal meinen Text. Da mache ich hier erstmal eine neue Kollektion. Und nenne die Kollektion Textfirefighter. So, und da stecke ich mal meinen Text rein. So, dann ist der schon mal weg. Was ist das hier für ein Kram? Das ist alles so einzeln. Da mache ich mal eine Kollektion, die nennt sich Sonstiges. Damit ich das auch mal weg habe. So, neue Kollektion. Sonstiges. Pippi, einen schönen guten Tag wünsche ich dir. So, also, da tun wir diesen ganzen Einzelkram rein. So, und jetzt machen wir das mal alles unsichtbar. So, gut. Also, jetzt, auf mir geht es gut, Pippi. Und selber, selber ist die Frage. Hast du schon gesehen, was unser Flipper geworden ist? Guck dir das mal an. Das wird ein tolles Teil, wa? So, aber ich muss jetzt meinen Multiplikator bauen. Also, das Optische dafür. Ja, mir geht es gut. Und selber. Ich muss ganz ehrlich gestehen, Pippi. Ich, äh, du kommst mir ja so vertraut immer vor. Aber ich kann dich im Moment irgendwie nicht richtig einordnen. Auch wenn du sagst, dass du mich kennst. Wahrscheinlich hast du früher immer mit Bingo und, 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 und. Gut gespielt, aber sagt mir im Moment nix mehr. Das liegt wahrscheinlich an meinem Alzheimer. Ja, der sieht gut aus, der Flipper, ne? So, ich hab's ja gesagt. Wir bauen einen coolen Flipper. So, und wenn der fertig ist, dann kann man den ja runterladen. Äh, ja, sagt dir Fleischwolf noch was? Ja, Fleischwolf, ja, das sagt mir noch was. Ja. Das sagt mir noch was. Aber warum benennt man sich denn ständig um? Und wieso benennt man sich von Fleischwolf in Pippi 26? Keine Ahnung, warum. Weil Pippi ist für mich ein weiblicher Name. Und Fleischwolf ist für mich ein männlicher Name. Also, wahrscheinlich bist du queer oder so. Ich hab keine Ahnung. Okay. Also, ich muss aber hier mal weiterbauen. Wir brauchen also jetzt so eine Leiste. wo wir da brauche ich eigentlich nur eine Plane zu machen. So. Und die machen wir 30 mal 30. Ah, ich mach die ruhig mal ein bisschen größer. Ähm, 50 mal 50. Wieso hat der nicht 50 gemacht? Und 50. So. Okay. Ähm, und jetzt muss die hier... Wie viel mal kann man multiplizieren? Ich sage 5 mal. Also kann man mal 2, mal 3, mal 4, mal 5. Also muss ich insgesamt 4 mal diese Länge haben. Und dann ist die X-Achse 200. So. Dann habe ich jetzt 4 mal 50. Und 50 ist breit. Dann kann ich in den Edit Mode wechseln. Das Ganze GX mal hier so rüberschieben. Und jetzt unterteile ich das. Und zwar für mal 2, mal 3, mal 4. Warum brauche ich noch eine Unterteilung? Also mal 2, mal 3, mal 4, mal 5. Fleischwolf. Fleischwolf ist meine Ex. Hatte einen anderen Account. Da konnte ich nicht mehr rein. Deswegen PüPi26. Okay. Alles gut. Muss ja jeder selber wissen. Mich wundert das nun mal. Dass die Leute sich so ganz abenteuerliche Namen nennen. So. Haben wir das? Jetzt müssen wir alles auswählen. Also Taste A. Ich wechsle hier oben mal wieder in diesen Auswahlmodus. Jetzt extrudiere ich. Also entweder hier anklicken. Oder einfach nur die Taste E. Und jetzt schieben wir das mal ein bisschen höher. So. Okay. So. Was ich jetzt aber will ist, dass das Ganze so ein bisschen auseinander geht. Hier so. So. Und so. Auseinander geht. Ne. So. Und dafür. Ähm. Wähle ich jetzt hier hinten diese vier Punkte aus. So. Und dann mache ich hier proportionales Editieren an. Hier so. Und jetzt skaliere ich das auf der Y-Achse und mache mit der, mit dem Mausrad, mache ich jetzt das Feld mal größer, dass man das so schön einstellen kann. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie mir das J-Achse fällt. Ich versuche mal nicht rund, sondern ich versuche mal scharf. Mal gucken, was es das gibt. Scale Y. Ja, das ist eher was, was ich will. So. Aber es ist zu weit. So. Okay. Ja. Dann habe ich eigentlich meine Flächen schon gebaut. So. Das werden die Flächen für mal zwei, mal drei, mal vier, mal fünf. So. Was ich jetzt noch machen muss, ich muss hier diesen, diesen Dingern hier, wie nenne ich die denn? Diese einzelnen Flächen, diesen einzelnen Flächen, den muss ich jetzt noch, ähm, ja, eine Textur zuweisen, also ein Mesh zuweisen, oder eine Vertex Group nennt sich das hier. So. Und dafür muss ich diese mal anklicken hier. So. So. Entschuldigt Leute, mir wurde gerade was im Mund gestopft. Ich musste gerade was probieren. Und deshalb habe ich das Mikro abgeschaltet. Okay. So. Also. Wir müssen hier eine Vertex Group kreieren. Und das mache ich, indem ich hier, also das ist ja, ähm, das finde ich sehr gut. Und da sind ja alles mögliche Reiter, die ich auf dieses Objekt anwenden kann hier. Und ich habe jetzt hier, wenn ich das nochmal durchsichtig mache, alle Flächen des oberen Segmentes ausgewählt. Seitenflächen unten oben. So. Und aus diesen Seitenflächen mache ich jetzt hier, über diese Objekt Data Properties, mache ich jetzt eine Gruppe. So. Und weil das mal 5 ist, nenne ich diese Gruppe einfach Gruppe 5. So. Und jetzt kann ich hier auf Assign klicken. Und jetzt habe ich diese markierten Flächen dieser Gruppe zugewiesen. Wenn ich jetzt hier Deselect drücke, sind die Deselektiert. Und wenn ich Select drücke, seht ihr, hat er alle diese Dinge wieder markiert. So. Jetzt gehe ich also hin, wähle hier den Flächenmodus aus, mache hier wieder Transparenz und nehme mir mal alle diese Flächen. So. Dann plus Gruppe 4 und Assign. Und dann kann ich die hier wieder Deselecten und Selecten. Seht ihr? Ja. Nächste Gruppe. Diese Gruppe ausgewählt. Neue Gruppe. Gruppe 3. Assign. So. Und hier kann ich immer prüfen, ob das alles klappt. So. Dann letzte Gruppe ausgewählt. Plus Gruppe 2. Assign. Sieht super aus. So. Und in Unreal möchte ich nachher jedem dieser Gruppe ein anderes Material geben. Und deshalb muss ich jetzt dieser Vertex-Gruppe hier auch hier ein Material zuweisen. Das heißt, ich habe jetzt diese Fläche markiert. Jetzt nehme ich hier einfach ein neues Material. und, ähm, hallo, so. Und das nenne ich jetzt mal, ähm, Multi mal 2. Weil das ja die mal 2 sind. So. Und jetzt stelle ich hier mal eine Farbe ein. Hier unten, so. Und wenn ich jetzt hier reingehe, hat er hier erstmal eine Farbe auf alles gelegt. So. Aber ich muss das nur auf diese Vertex-Gruppe drauflegen. Und, ähm, hier kann ich jetzt sagen, Assign. Und jetzt müsste hier auf diesem Teil rot drauf sein. Es ist hier auch noch rot drauf. Das liegt aber daran, dass ich erst ein Material habe. So. Jetzt gehe ich mal in meine Vertex-Gruppe und nehme die mal 3. So. Jetzt gehe ich hier unten wieder in den Material-Editor. Mache ein neues Material. Und das nenne ich jetzt Multi mal 3. So. Dann scrolle ich runter. Und hier bei Viewport-Display mache ich das mal lila. So. Und sage hier Assign. Ihr seht, das Ding ist lila geworden. Okay. Rot, lila. So. Nächstes. Multi mal 4. So. Dazu muss ich natürlich jetzt erst hier das Deselektieren, das Selektieren. Dann Assign. Aber ich wollte mir noch eine Farbe mitgeben hier. Also, ähm, sagen wir Blau. Ist egal. Es sollten nur unterschiedliche Farben sein. Also, Assign. Wunderbar. Habe ich auch eine Blaue. So. Jetzt brauche ich, wie gesagt, noch eine Textur. So. Und die nennt sich Multi mal 5. So. Der kriegt auch eine Farbe. Der kann ja weiß bleiben. Ist ja wurscht. Und dann gehe ich wieder in meine Vertex-Group. Deselect. Die anwählen. Select. In das Material wechseln. Und Design sagen. So. Jetzt habe ich also quasi ein Objekt, ja, was 4 Materialtexturen hier hinterlegt hat. Schau. Und dadurch, das zeige ich euch jetzt gleich. Ich speichere das mal. Und, ähm, exportiere jetzt dieses Objekt hier wieder nach FBX. So. Und beim Export für Unreal ist wichtig Selected Objects Mesh Other Muss ich Shift festhalten. Damit er die Texturen und die Meshes also diese Vertex-Groups mit berücksichtigt. Ausrichtung ist X Weil das in Unreal Engine auch immer X ist. So. Und dann nenne ich das Ganze Multi ähm Multi, Multi Beleuchtung oder Multi 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 Lampen so Multi Lampen das sollte reichen ich weiß dann weiß ich was damit los ist. So. Also jetzt exportieren und jetzt habe ich den ganzen Kram irgendwo auf meiner Festplatte und jetzt gehe ich wieder nach Unreal so so und hier muss ich das Materie also ähm dieses Bauelement was ich ja hier gebaut habe das muss ich jetzt hier importieren und das mache ich rechte Taste Import und dann muss ich mal gucken Multi Lampe so und dann sage ich öffnen boop 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 wo bist du da kommt er so und jetzt kann ich hier auf Import klicken okay so und jetzt dürfte ich meine Multi Lampe wo ist sie Multi Lampe habe ich jetzt hier so und wenn ich mir jetzt dieses Material angucke dann seht ihr hat das hier eins zwei drei vier Material Nodes also oder Material Slots wenn ich mal ein normales Material aufmache ich mache das mal hier hin so also hier so rüber ihr seht das hat vier Material Slots und das hat deshalb vier Material Slots weil ich hier diese vier Vertex Groups gemacht habe und denen unterschiedliche Farben gegeben habe wenn ich mir mal ein normales Objekt angucke also wie zum Beispiel diesen Blinker hier ja diesen Blinker hier der hat nur ein Material Slot weil ich hier eben nichts in unterschiedliche Vertex Groups geteilt habe ne so also wenn ich ein Teil in Unreal brauche was unterschiedliche Materialien tragen soll dann muss ich wenn ich das Ding im Blender erstelle die Teile also ihr könnt euch jetzt ein Schwert vorstellen wenn ihr wenn ihr euch das überlegt ihr würdet jetzt hier ein Schwert bauen dann hat das Schwert einen Griff dann hat das Schwert das Schwert oben so ein so ein so ein so ein Hiebschutz drauf ja wo was die Hand schützt und dann hat die eine Klinge so und dann könnte ich natürlich den Griff in einer Farbe machen diesen Handschutz in der anderen Farbe und die Klinge in der dritten Farbe hier und wenn ich das dann nach Unreal importieren würde das Schwert dann könnte ich hier eben für die einzelnen Teile des Schwertes ein anderes Material verwenden also dafür ist das da ne so ich baue ja einen Flipper und deshalb äh mache ich das natürlich hier ein bisschen anders also ich benutze diese Technik um dann etwas anderes zu machen so okay ähm was wollte ich machen ich wollte jetzt wieder einen Actor bauen also Blueprint rechte Taste Blueprint Print Class und Actor so und der heißt Anzeige Multipunkte so nenne ich den okay ich habe vergessen Blueprint davor zu schreiben das ist nicht wichtig ähm nur für mich ist das wichtig dass ich weiß das ist eine Blueprint Datei und das andere ist eine Material Datei und das dritte ist das und bla 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 deshalb kriegen die bei mir so eine Abkürzung davor so also Blueprint Anzeige Multipunkte so also die mache ich jetzt auf und das einzige was ich da rein werfen muss Static Mesh und das ist die Anzeige so ja und das einzige was ich da rein tun muss ist natürlich meine Multilampen also dieses Teil hier so habe ich jetzt da rein gemacht wunderbar und dem könnte ich jetzt vier ähm Materialien zuweisen seht ihr hier ja mache ich hier aber nicht sondern ich nehme jetzt dieses Multi Objekt so und schmeiße das einfach mal hier so hin jetzt muss ich erst wieder gucken ob mein Flipper Tisch wieder gerade ist ne noch nicht so und jetzt wo ist meine Anzeige da so jetzt muss ich mal gucken wie hoch ich diese Anzeige bauen muss so und wohin ich die überhaupt baue so dazu gehe ich erst mal in die Top Ansicht so so und dann stelle ich die mal erst mal ach ich mache das einfach da so also hier hin und dann drehe ich die mal so aber bevor ich die drehe werde ich die glaube ich erst mal größer machen so so jetzt drehen ich weiß auch nicht ob ich die da hin mache ne ich glaube ich mache die hier hin so so okay also jetzt sitzt die hier und jetzt muss ich die möglichst so setzen dass die nur ein ganz kleines Stückchen raus guckt das kann ich am besten hier regeln ich sag mal 0 also ein bisschen viel minus 0,1 so minus 0,2 joo das könnte schon gut sein so jetzt muss ich die hier in das Gehäuse reinstecken damit die sich mit aufstellt wenn ich das Gehäuse nach oben kippe so habe ich auch gemacht so was müssen wir jetzt machen jetzt brauchen wir müssen wir mal gucken ob diese Anzeige hier decol ja ok so aber die hat jetzt keine Textur kann das sein ok dann versuche ich erstmal hier eine Textur drauf zu legen und zwar die Bauteile Textur die tut ja keinem weh auf allen Vieren kommt eine Bauteil Textur so speichern bum 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 ok ich sehe mal da nichts also eigentlich müsste es decol doch hier drauf liegen oder so wie es hier auch drauf liegt dieses Ding hier ok wir werden es gleich sehen wie es ist oder ich kann es ja direkt mal laufen lassen so aber wir sehen es ist nicht von diesem Objekt hier beeinflusst warum nicht das ist eine gute Frage wo sind meine decol da wenn ich das jetzt mal höher mache das ist wahrscheinlich das verkehrte decol ne komischerweise wird das nicht beeinflusst also Z Z so wenn ich den jetzt mal höher mache ach da von dem wird er beeinflusst ok alles klar so ich hatte gesagt was hatte ich gesagt minus ah minus 0,3 nö das kann ja nicht sein minus 23 minus 26 ist zu viel minus 25 minus 24 da guckt es ein bisschen raus ok so gut also es wird nicht hiervon beeinflusst weil das ich glaube weiß ist nehme ich mal an ich könnte es ja mal ausprobieren indem ich hier sage nehme mal das Gehäuse wo ist es da so Gehäuse Gehäuse und Gehäuse so speichern ach und wir sehen hier farblich ist es jetzt angepasst also das was dunkel ist wird farblich beeinflusst und das was hell ist eben nicht so ok aber wir wollten mal 1 mal 2 mal 3 mal 4 machen so dazu brauchen wir jetzt Materialien so und diese Materialien das müssen ja wieder dynamische Instanzen sein also brauche ich jetzt hier ich kann jetzt erstmal hier reingehen so neue Materialien nämlich für diesen Multiplikator also sage ich hier neues Material so und das nenne ich ähm Multi äh Multiplikator Master so Multiplikator Master das wird mein Master Material so und da müssen wir jetzt gucken wie das aussehen soll das Master Material und da würde ich sagen ähm das muss ja nachher unterschiedliche Farben haben aber das ist egal wir brauchen also erstmal ein Farbnote so ähm dann brauchen wir ähm müssen wir was Metallisches machen ne eigentlich nicht ähm aber wir können es ja mal machen so also Roughness Note brauchen wir so ein Metallic Note brauchen wir vielleicht wollen wir es ja doch mal Metallisch machen und ähm wir brauchen eigentlich ein Opacity Note aber wir sehen ähm das hier ist deaktiviert und deshalb müssen wir hier umschalten auf Translucent so und äh hier unten bei Translucency müssen wir umschalten auf Surface Translucency Volume so dann seht ihr haben wir auch dieses Opacity haben wir dann äh sichtbar so bumm okay so jetzt haben wir hier diese ganzen Parameter und hier mit diesen Parametern können wir jetzt das Aussehen steuern so das Aussehen jetzt ist die Kugel weg warum weil die Opacity hier auf Null ist Opacity ist eben der Wert der bestimmt ob ein Objekt durchsichtig ist oder nicht und dann könnt ihr euch vorstellen wenn Null hier eingestellt ist dann ist das Objekt einfach durchsichtig so der maximale Wert ist 1 das heißt wenn ich das Ding hier auf 1 setze ist es voll da und wenn ich jetzt hier dran anfange so ein bisschen rumzuschrauben dann werdet ihr feststellen wird 0,5 dann seht ihr bisschen durchsichtig 0,8 bisschen weniger durchsichtig man kann also zwischen 0 und 1 hier alles einstellen und dementsprechend durchsichtig oder nicht ist die Kugel das ist Opacity so jetzt machen wir die Opacity mal auf 1 so und jetzt gucken wir uns die anderen Parameter an so Roughness Roughness ist Rauheit es gibt ja einen Unterschied in der Lichtreflexion zwischen einem Stoff und einer Plastikoberfläche die Plastikoberfläche ist ziemlich glatt und deshalb reflektiert die viel mehr Licht wie ein T-Shirt ein T-Shirt ist rau weil es eben gewebt ist und da prallt das prallt nicht so viel Licht ab und deshalb ist das nicht so glänzend so also auch bei Roughness kann ich einen Wert zwischen 0 und 1 einstellen so 0 heißt spiegel glatt und 1 heißt ganz rau seht ihr das ist der Unterschied so und jetzt mache ich mal 0,5 und dann seht ihr bisschen rau also genau auf der Hälfte von ganz rau ja weil wie rau was ist das rauste keine Ahnung so und dann kann ich auch sagen 0,1 und dann ist es ziemlich glatt ja 0,2 ist wieder nicht so glatt und ihr seht dann auch immer in dieser Spiegelung je weniger glatt das ist desto verschwommener werden die Sachen die sich in dieser Kugel spiegeln ja ja ok also roughness ist die Rauheit des Materials so kommen wir jetzt zum Metallic ist ja klar was das ist ne gibt auch einen Wert zwischen 0 und 1 also eine metallische Oberfläche und da seht ihr jetzt wenn ich jetzt hier mal so auf 1 gehe so und mal die Farbe wechsel auf rot zum Beispiel so jetzt seht ihr schöne metallische Oberfläche ja und der Roughness Wert der sorgt jetzt noch dafür ob diese metallische Oberfläche eben rau oder glatt ist ja kann kann ich jetzt hier ganz glatt machen und dann ist das wie so eine christbaumkugel ja okay so und jetzt könnte ich diese christbaumkugel natürlich auch wieder durchsichtig machen und dann hätte ich irgendwann eine schöne glas christmaskugel aber ich will ja keine christmaskugel bauen sondern wir wollen ja diese lampen für mal fünf oder mal links da bauen deshalb brauche ich noch einen wert und das ist der emissions wert so das ist der emissions wert hier so metallik mache ich jetzt erstmal aus null roughness mache ich auch auf null und opacity ist eins für sichtbar so wunderbar so jetzt kommt der emissions wert was ist der emissions wert also der entscheidet darüber ob das ding leuchtet oder nicht ja so ich stelle jetzt hier meine farbe ein blau so und blau habe ich gesagt so 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 und ihr seht die kugel ist rot ich mache mal ein richtiges rot ist ein richtiges rot okay so aber sie leuchtet blau seht ihr hier ja so und wenn ich jetzt möchte dass die mehr leuchtet muss ich diese farbe hier intensiver machen so und intensiver mache ich die indem ich hier rechte taste ein multiply also ein multiplikator hinzufüge so und zum multiply funktioniert ganz einfach ich ich nehme irgendetwas und stecke das da rein und das multipliziere ich mit dem hier und das ergebnis davon das kommt hier raus und geht dann da rein so jetzt brauche ich dann nur noch den multiplikator hier und da mache ich wieder eine variable so die nennt sich dann b so ich könnte die jetzt hier auch benennen mit ähm emission multi damit ich weiß was das ist so jetzt ist dieser wert auf 0 ja wohl und die farbe mal 0 ist 0 also emission nicht keine emission und deshalb sieht man hier auch nichts so jetzt sage ich mal emission 10 jetzt seht ihr blaue farbe mal 10 gibt lampe leuchtet blau ja so jetzt sage ich emission 100 zack ihr seht die wird immer heller und es kommt jetzt auch so langsam blaues licht aus dieser kugel heraus jetzt sage ich mal 1000 und jetzt wird die noch heller bald brennt sie durch 2000 ja die wird also jetzt immer heller je höher ich diesen multiplikator mache und bei 0 kein leuchten so das ist also mein master ja also mit diesem master kann ich jetzt die materialien bauen für für meine multi anzeige ok so jetzt muss ich aber ja noch irgendwie da mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 drauf bekommen ok wäre schön wenn das auf meiner fläche oben drauf liegt und das kann ich auch machen aber dafür muss ich erstmal dieses mal 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 bauen so und dann brauche ich hier in Gimp mal eine Datei die ist was ist die denn wie viel Pixel sagen wir mal 300 mal 300 Pixel so jetzt habe ich hier eine Datei in weiß und schwarz so und ähm man 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 jetzt nehme ich hier dieses text ding doch klickt das hier rein klickt das hier rein geht das nicht und dann schreibe ich da einfach mal drei so super und jetzt mache ich hier meine größe 128 so anders also ich muss erst markieren hier fett größe 128 so und jetzt kann ich das bestimmt auch irgendwie hier verschieben wie geht das hallo 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 so nein da klicke ich wieder rein da muss ich wahrscheinlich hier dieses verschiebewerkzeug auswählen so und jetzt kann ich dieses textwerkzeug wieder auswählen so und dann kann ja so ein bisschen größer machen so und die schrift mache ich dann mal auf ich muss erst die schrift markieren so 180 oder so ein bisschen sehr groß 160 so okay so jetzt kann ich hier mein mal drei auswählen so oder soll ich lieber dreimal schreiben ich weiß nicht was schöner ist ich würde sagen ich schreibe erst mal mal 33 mal so also muss ich das glaube ich hier meine drei hin machen ja du hast natürlich ich wieder voll so habe ich gesagt 160 ne so und drei nein nicht tausend so fett auch noch drei jetzt hat das wieder klein gemacht man gibt also fett 160 und drei nur dazu da endlich geschafft hast so und dann gehe ich hier hinten und läch mal die drei so dreimal so und das hier kann immer ein bisschen kleiner machen so jetzt habe ich hier ein text dreimal und jetzt muss ich aber damit dieser text nachher nur der text auf diesem auf dieser anzeige ist muss ich den ganzen anderen kram unsichtbar machen ja so und das heißt hier wie mache ich das lösche ich einfach mal die farbe das kann ich nicht okay schmeiße ich das ding mal weg so und dann mache ich mal einen auch da ist ja jetzt unsichtbar dahinter homo praktisch so genau so will ich es haben ich will also nur die drei mal als schrift haben mehr will ich gar nicht so und jetzt und jetzt speicher ich das ganze nicht exportiere das als png und das nenne ich mal multi mal drei doch ich muss dem kind ja namen geben der bild datei und wo speicher ich die hin nach desktop 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 muss gucken ich mache sie erst mal auf dem desktop exportieren jo 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 exif daten brauche ich nicht und exportieren so jetzt habe ich also auf meinem desktop wenn ich dann alles richtig gemacht habe hier wo ist es wo ist es wo ist es wo ist es ein multi mal drei da siete und das ist nur das drei mal der rest ist durchsichtig so so will ich haben so also müssen wir jetzt noch vier mal das heißt wir klicken hier rein machen daraus eine vier so und dann exportieren wir die auch nach desktop und nennen die multi mal vier so feuer frei exportieren und dann brauchen wir noch eine fünf mal eine zweimal brauchen ja noch stoff also exportieren nach fünf so und wir brauchen und zweimal exportieren nach zweimal feuer frei so und jetzt müssten wir sie eigentlich alle haben wo sind sie multi 5 multi 2 multi 4 2 3 4 5 super wir haben alles was wir brauchen also tschüss ich brauche ich nicht mehr geben ok jetzt müssen wir diese bilder sind die bilder müssen wir eine andere rein kriegen also habe ich hier in ordner bilder und da importieren wir jetzt die bilder vom desktop so mal zwei drei mal vier und mal fünf zack bumm da sind sie man sieht jetzt nichts weil der hintergrund schwarz ist und die schrift auch schwarz ist so aber weil ich machen kann ich kann jetzt dieses mal zwei nehmen und kann das einfach hier rein schieben so und jetzt könnte ich auch das mal zwei nehmen hier und könnte das hier rein tun so zusammen warten was passiert wir sehen eine schwarze kugel mit schwarzer schrift nehme ich mal an jetzt noch mal die lampe ein bisschen an ne textur sample warum macht er das nicht ach so ich muss ja den alpha wert noch den alpha wert muss ich jetzt mal hier rein stopfen so ich glaube das ist richtig so jetzt sehen wir hier steht drauf zweimal zweimal ich kann jetzt mal viereckig machen so jetzt seht ihr hier steht drauf zweimal ja überall da zweimal 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 unten auch zweimal ja doch also hier steht überall zweimal drauf so ok was haben wir gemacht wir haben also dieses bild hier rein getan und haben dann die rgb werte des bildes die haben wir in den base color getan und den alpha kanal also alles was unsichtbar ist auf dem bild das oder was durchsichtig ist so nicht unsichtbar was durchsichtig ist das haben wir in den opacity geworfen ja und damit haben wir das alles unsichtbar gemacht ja dann brauche ich den node ja gar nicht weil den das ist nicht ganz richtig ich muss das noch mal rückgängig machen so weil ich möchte und jetzt kommen wir nämlich zu dem eigentlichen punkt so ich möchte natürlich dieses ding hier nicht in schwarz oder in blau wenn die emission hier null ist dann ist das ding ja schwarz ich will ihm aber eventuell eine farbe geben können so jetzt kommt wieder meine farbe ins spiel so denn ich nehme jetzt hier wieder ein multiply so und stecke da jetzt dieses ding da rein dieses rgb und stecke das da rein so und dann gucken was rauskommt nix nicht das was ich wollte ne warum nicht warum nicht warum nicht vielleicht muss ich da das rgb a rein das kann er nicht das kann er da drin und das kann er da kann er die kann er da errechnet wir gucken was rauskommt aber auch nicht ok also wie kriege ich jetzt dieses teil hier bunt ich muss mal überlegen tü 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 wahrscheinlich das ist dann wenn ich den alpha mal reinstecke so den alpha kanal habe ich da rein gesteckt das heißt ich habe hier alles was hier unsichtbar ist auch unsichtbar gemacht und dann habe ich hier die textfarbe also das ding als farbe ja so und ich will aber ja auch noch eine hintergrundfarbe haben und dazu gibt es glaube ich noch ein add so das heißt ich möchte jetzt eigentlich das da rein haben das da rein haben und das da rein haben so zu machen was er macht er hat also zwei ja aber es ist immer noch nicht dass ich möchte gerne dass die farbe der hintergrund ist so muss ich vielleicht das da reinstecken mich ein bisschen rumfummeln also eigentlich war euch das hier auch nicht warum macht er das nicht ach moment ist ja klar ich muss mir dieses opacity hier weg machen der macht mir ja immer alles unsichtbar so jetzt wird es besser jetzt also die farbe plus jetzt muss ich gerade mal gucken diese farbe so und oder muss ich das so machen irgendwo irgendwo ich muss ja eigentlich das machen so und dann diese farbe plus diese irgendwie kriege ich das hin also hiervon bleibt nur das rosane übrig und das rosane möchte ich zudem dazu addieren aber das ist ja nicht die rosane farbe das ist ja der alpha kanal so so will ich das haben habe ich nur die verkehrten dinger hier reingesteckt also so will ich das haben ja also so sollen nachher meine schaltfläche aussehen oder mein multi dingster bumster so ja und mein opacity kann ich nämlich jetzt auch noch benutzen hier um dem auch noch zu sagen wie undurch oder wie durchsichtig ist das ganze weil da soll ja nachher eine lampe drin sein und dann muss das ja ein bisschen durchsichtig sein ne da mann war das wieder schwer so und jetzt könnte ich das natürlich hier wieder anfangen lassen zu leuchten und jetzt sieht man nichts mehr weil das schon wieder zu viel leuchtet so da müssen wir nachher mal gucken dass wir das schöner hinkriegen und zwar wenn das hier weiß wäre dann würde das da glaube ich durch leuchten wir probieren das mal so und was brauchen wir noch wir brauchen natürlich mal eine vernünftige hintergrundfarbe also weiß da rein alpha da rein ergibt die 2 so und jetzt brauchen wir noch eine farbe eine hintergrundfarbe also brauchen wir noch ein base color machen wir hier von meiner kopie control c control v so und machen noch ein add so da ziehen wir mal hier hinten hin so also und dann nehmen wir hier mal rot so rot plus das gibt das Rechnung 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 super so jetzt müssen wir die Opacity auf 0 auf 1 setzen so und jetzt sehen wir leuchtet das Ganze so und wir können auch noch das erkennen so und jetzt Emission mal auf 10 setzen ok eigentlich sollte nur die Schrift leuchten wie kann ich das noch hinkriegen ach vielleicht kann ich ja hier noch ein alpha kanal benutzen also c c ctrl v so also das leuchten mit dem multiplizieren bzw hier von abziehen multiplizieren so und das geht in die emission so und jetzt sehen wir leuchten nur diese buchstaben wenn das wenn ich das richtig gemacht habe dann müssten jetzt seht ihr nur noch diese schrift leuchten so es wird natürlich jetzt hier über strahlt aber das eigentliche material ist nicht mehr unsichtbar so jetzt leuchtet nur noch die schrift so und das könnte ich jetzt schön verwenden um jetzt mein mal zwei mal drei mal vier mal fünf zu machen so also sage ich hier mal 100 so das ist doch gut aus also entweder null dann sieht das so aus oder 100 dann leuchtet das mal zwei das ist schön das gefällt mir so und daher muss ich nur die richtigen farben zusammen mixen also mal zwei mal drei mal vier mal fünf ok 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 so ihr seht die materialien werden schon so ein bisschen komplizierter aber wir können jetzt mit diesem emissions wert nachher im blueprint arbeiten und können dann diese lampen aus oder an machen wir könnten das ist auch umgekehrt machen wir könnten natürlich jetzt auch den würfel leuchten lassen und die schrift nicht aber wenn der gesamte würfel leuchtet dann sieht man nachher die schrift nicht mehr deshalb mache ich das lieber so dass dann die schrift leuchtet und das ist jetzt unser master material und deshalb muss ich dieses note hier eigentlich auch noch in einen parameter verwendet so und das ist das bild so das ist das bild und das bild muss ich ja irgendwo auswählen können blablabla bla 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 schriftle und dann kann ich hier ein bild aussuchen so und es rechnet er wieder und rechnet wieder und recreation Res evaluation und jetzt hat er hier die drei und Base color habe ich hier beide ach die heißen beide base color der stoff Dann nenne ich den mal Farbe, äh, Farbe Material, ne, Farbe Bauteil. So, Farbe Bauteil, so, und die nenne ich dann Farbe Schrift, oder Farbe Text, Farbe Text ist besser, Farbe Text, so. Ja, und jetzt kann ich eben hier bei den Parametern sagen, Farbe Bauteil ist rot und Farbe Text ist, ich sag jetzt mal schwarz, so, und Emissionsfarbe, also in welcher Farbe soll das Ding leuchten, ähm, sag ich mal lila, so, und Emissionswert ist 0, äh, dann ist der Text nicht schwarz, warum kann ich den nicht schwarz machen? Weil schwarz Alpha ist, okay, also muss ich ein bisschen grau machen. So, dann ist der ein bisschen grau, so, und jetzt kann ich den Anfang lassen zu leuchten. No? So, okay. Gut, dann mache ich die Farbe mal grün. Komm, grün, 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 sind alle meine Kleider, zack, bumm, ist das Ding grün, oder ist er so richtig grün, ist das ja nicht, ne? Das ist ja mehr so ein Gelb. Hm, warum ist das mehr so ein Gelb? Ich die Farbe mal auf schwarz setze, gucken, ob wir sowas, ah ja, dann ist das grün. Okay, dann wird das noch beeinflusst mit dem Add. Ähm, können wir das nicht irgendwie anders machen? Äh, das, das plus das, vielleicht müsste ich das mal anders machen, das plus das, vielleicht hat das einen anderen Einfluss. Gucken wir mal. So. Ne, dann verändert sich diese Farbe mit. Okay, muss ich, äh, nachher mal gucken. Aber, wir haben jetzt erstmal gesehen, wie man so Materialien dazu benutzen kann, um unterschiedlichste Sachen zusammenzubauen. Und da gibt es noch viel, viel komplexere Geschichten. Aber, ich glaube, ich habe jetzt erstmal wieder genug gesabbelt für diesen Teil. Und wir werden uns später, wenn ihr dann Lust habt, äh, wieder hören und sehen. Also, ihr könnt zumindest mir zugucken. Ähm, ich mache mal ein kleines Bäuschen. Ich weiß noch nicht, wie lang. Wir haben 17.13 Uhr, also ich schätze mal so ein halbstündchen. Und dann komme ich heute Abend nochmal wieder und mache nochmal einen Teil. Ne? Okay, ich muss nur gerade mal gucken hier nochmal eben nach dem Leuchten, weil, ob der jetzt auch grün leuchtet. Ne, der wird weiß. Achso, das liegt ja auch daran, weil meine Emission lila ist. Ich möchte die natürlich grün leuchten lassen. So. Und dann leuchtet die tatsächlich auch grün. Cool. Coole Nummer. Okay. Ja. Das gefällt mir. Alles klar. Bis später, Freunde. Ciao, ciao.